Wie immer seidene Brokate, sanfte seidene Brokate. Die Handgelenke auf die Hüftknochen, obere Hüfte, Schultern locker, ein bisschen ausgestellt. Fäuste sind das nicht. Leicht gekrömte Finger, aber offen. Und dann zuerst nach links, Schulter hängt, Ellenbogen hängt und dann entspannen alles und dann die Faust entspannen. Währenddessen die Augen einmal aufreißen, wieder zurück in die Mitte und das gleiche zur anderen Seite. Da blendet mich die Sonne. Und langsam ist das Ziel. Langsam bei sich sein. Und entspannen natürlich. Und das ist nicht so ein 1.0 Klangschalen entspannen. Macht das gerne, aber jetzt nicht hier. Aber ihr merkt irgendwann, dass diese von außen induzierte Entspannung ist gut zum Anfang. Aber später wird es wichtig. Bin ich entspannt? Was führt dazu, dass ich entspannt bin? Und zwar unabhängig von Räucherstäbchen, Klangschalen und Musik. Sondern einfach Körpergefühl in jeder Situation. Und entspannen. Einmal noch links, rechts. Und wenn ihr den Impuls habt, stehen zu bleiben und auch wieder eine Yoga-Asana zu machen, zu spüren und zu entspannen, macht das. Das ist okay. Also wenn ihr merkt, ja, oh, jetzt möchte ich mal das mit den Augen vielleicht nicht so, aber dann stundenlang die Augen aufgerissen lassen, ist nicht so gut vielleicht. Aber wenn ihr merkt, hier möchte ich lernen, noch mehr zu entspannen, so, macht das. Aber für heute. Auflösen.